Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von LP Freerider 16. Ich habe hier, ok sagen wir, ich habe gestern einen super Server gefunden, wo ca. 2-4 Leute meistens drin sind und es sind Strecken von 8-15 Sekunden. Die habe ich gestern schon mal ausprobiert und ja, die präsentiere ich euch heute. Hier, da muss man ins Erste rein, Jump, Bestzeit 681, da war ich gestern auf jeden Fall schon schneller. 7-14, nee, da muss man schauen. Man muss im richtigen Moment bremsen, kurz davor und rein 7-05, nee, das geht besser. Ich muss einfach gerade hinkommen und bremsen. 6-79, ja, habe ich doch gesagt, ich schaffe es viel schneller. Aber zu festgebremst und am Lochrand dosiert, das geht nicht. Ach, ich komme nicht gescheit hin. Keine Ahnung, wieso. Sehr schön. Nein, schon wieder im Loch gibt es ja nicht. Jetzt. Ah, wieder 6-79, nein, das habe ich gestern schon schneller geschafft. Ja, steht eh. Da rechts dort 6-75 bin ich gestern gefahren. Ja. Ja. Ja, momentan noch erster. Ja, ich... Nein. Jetzt müssen wir wieder angasen. Okay, ich muss ein bisschen früher bremsen. Da kommt es darauf an, dass man ein gutes Timing hat. Bremsen. Wieder zu hoch. Aber wenn ich so durchs erste Loch komme, dann wird es super gehen. Und durch. 6-86, nein. Tufel gebremst. 6-70 ist der Kollege gefahren. Mal sehen, was er macht. Springt er auch durchs zweite durch? Ja. 6-85. Oh. Letzter Platz? Gibt es ja nicht. Egal. 6-74. Immer noch dritter Platz. Da müssen wir... sehen. Nee. Das wäre eine Bombenzeit geworden. M-m. 6-77. Nein. Ich weiß auch nicht, wieso. Was mache ich denn? Ah. Ich darf nicht zu früh, aber auch nicht zu spät bremsen. Bremsen, bremsen, bremsen. Wieder zu spät. Egal. Aber wenn ich mal durchkomme, dann ist die Bestzeit fix. 6. Eine Hundertstel zu spät gebremst. 6-64. Ich habe es doch gesagt, wenn ich durchkomme. Okay, da wir jetzt am ersten Platz sind, zeige ich euch die restliche Strecke. Also man kann hier außer fahren und ins obere Ziel fahren, da ich leider vorbeigesprungen bin. Okay, nachher kann man ins dritte Reinspringen. Yeah, Backflip, Frontflip, Change Frontflip und rein in Steel. So. Erster Platz, wie ihr sehen könnt, sehr knapp. Sie schreiben jetzt rein, away from keyboard. Kann sein, dass sie weg sind, muss aber nicht sein. Sonst werde ich da einen Filmcode stoppen und in den anderen Server reingehen. Mal gucken. Mal sehen, ob sie auch fahren. Jetzt. Oh, meine Lieblingsstrecke. Jetzt bremse ich mal kurz. Schauen, ob die anderen auch fahren. Ja. Sind sie doch nicht away from keyboard. Da muss man so reinjumpen. Und da muss man schön durch. Dann rechts durch die... Da muss man vor dem zweiten... Und da geht's noch weiter. Zweiter Platz. Louis. Da muss man ganz eng damit machen. Und rein. Man darf nicht driften. Das kostet Zeit. Weiß auch nicht wieso, aber... Da muss man vor... Ach, geh. Komm. Gott sei fix. Da bin ich gestern schon gefahren. 14 63 meine Zeit. Wie man hier recht sehen kann. Boah. Nee, zu weit draußen. Und mein Kollege Tutorial German LP, mein Abonnent, ist auf dem zehnten Platz in der Highschool-Liste. In den nächsten paar Tagen, vielleicht auch heute, werde ich mit ihm ein Abonnenten-Battle machen. Und sehen, wer gewinnt. Beim letzten Mal habe ich gewonnen. Ja, das war nix. Wie ihr gesehen habt, habe ich gedriftet. Da kann man gleich neu anfangen. Naja, 15 17. Muss locker drin sein. Nein. Zu eng rausgekommen. Wo ist der eine? Der Betty. Betty Spaten. Gibt's ja nicht. Er wieder gedriftet. Kostet wieder eine halbe Sekunde. Grob geschätzt. Egal. Und jetzt aber rein. Zweiter Platz. 15 20. Ja, meine Bestzeit 14 63. Also. Da braucht der Kollege Tyrolian irgendwie noch nicht zu siegesicher sein. Tyrolian Dominic 143. Wieder so ein Lowi-Name oder so. Ah, wieder gedriftet ein bisschen, aber. Der Kollege Dominic Tyrolian Dominic 143 bestimmt so ein Inselaffe. Aber ich kann trotzdem noch immer ein bisschen schneller fahren. Ja, sehr nice genommen. Rechts nachher wieder durch die Flöcke rein. Ja, sehr muss Bestzeit sein. Ja, 1459. Schneller als meine vorherige Zeit. Weiter geht's. Eine Minute left. Und wir sind glaube ich immer noch auf dem ersten Rang. Ja, ja. Wie ihr sehen könnt, sehr viele Driftspuren. Das ist natürlich nicht Erfolgsführung. Wow. Epic Fail Luck. Egal. Trotzdem Erster. Kann er nie im Leben einholen. Hab die 5 beste Zeit ever. Ja. Tyrolian Dominic. Spaten. Was das für ohne ist. Er meinte es besser wie LP Freerider 16. Ich glaub. Da hat er sich mit den falschen angelegt. Ja, nach diesem Video haben wir wieder unsere Länge erreicht. Und ich werde aber trotzdem noch ein Video aufnehmen. Denn mir gefallen diese Strechen sehr gut. Habe ich auch zu Favoriten hineingetan. Ich werde an dieser Stelle stoppen und dann ein neues Video anfangen. Bis dann, euer LP Freerider 16. Tschö.